Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales from Space, Mutants Blobs Attack Und wir müssen die Kugel hier durchbringen Wir werden es schaffen Okay, wir haben die jetzt da Wir müssen ja so, hier rauf Und die Kugel darüber schubsen Damit sie gegen diesen Knopf fällt Damit wir ein bisschen Essen bekommen Und dann hier durch können Und das Level geschafft haben Juhu So muss das doch gemacht werden Punkte, Punkte, Punkte Interessiert uns nicht Und es interessiert der Spielspaß, ne? So muss das sein Ja, habt mal Angst, ne? Habt mal Angst, das ist fein So, dann kommen wir hier durch Achtung Egal Wir essen auch explosive Sachen Exklusive und explosive Was ist das? Aber was bringt uns das? Ich weiß es doch nicht So Wahrscheinlich irgend sowas Ach ne, ich muss den erstmal hierhin Damit wir da rauf kommen Dann den da hin Damit wir da rüber kommen Dann da rauf Ja, komm schon Ja, so muss das gemacht werden Und dann Zack Und dann schaffen wir das natürlich nicht Weil wir sind einfach schlecht So Zivil dien zappi Darüber Nein, so nicht Aber egal Wir können das auch einfach so machen Einfach nicht Ach, Mano Dann halt noch mal Egal Wir haben ja Zeit Wir stehen ja nicht unter Zeitdruck Oder so Ich mein, das ist ein Let's Play Da sollte man sich Zeit lassen Dann machen wir so Zack Dann da hoch Also noch einmal, ne? Ich wollte nur zeigen, wie das geht Damit ihr das auch spielen könnt Und wisst Wie man hier was machen muss So Dann darüber Haben wir das geschafft Die nehmen wir auch noch gerne mit So Und jetzt muss ich da wieder runter Oh Gott Schade Ja, lassen wir doch einfach mal alle aus Oh Gott, oh Gott Was mache ich denn hier? Ja, spring doch genau rein Oder da Oder da Oder gar nicht Ist auch gut Jetzt ist ja schon wieder so ein Rätsel Wo ich mich gleich aufrege Jetzt macht er noch nicht mal diese Stampfattacke Mensch, Mensch, Mensch Also manchmal, ne? Da würde ich ja schon gerne Was ist denn das? Falsche Richtung So, jetzt keine Panik hier Wie gesagt Keine Panik, ne? Keine Panik Das war doch schon mal ein schlechter Anfang Eieiei Wie soll das denn nur mit uns enden Wenn wir das Level nicht schaffen Oh, jetzt sind wir wieder zu weit gesprungen Oder zu kurz Vielleicht raste ich wirklich aus hier Kannst du nicht mal dahin Dingsen, wo ich das auch will? Jetzt waren wir auch noch zu schnell Das gibt's nicht, ey Eieiei Wer hätte das gedacht? Ich war uns nass Wenn man trotzdem rüber lacht Es kann nicht ne Sonne geben Mach dir nix draus Mann, so ist das Leben Warum? Warum? So Erste Etaube geschafft Geht doch Geht doch Also wenn das jetzt hier noch ne Etage gehabt hätte Dann Dann hätte ich ja geweint Okay Was bringen mir diese Bomben? Ach soll ich mich damit so hochspringen? Ach soll ich mich damit so hochspringen? Ach komm schon Irgendwie muss das doch zu packen sein Nein Jetzt bin ich hier unten auch noch gefangen Und jetzt explodieren die wieder Und dann bin ich tot Aua Oh Gott Entschuldigung Da konnte ich auch nicht schnell genug energie nehmen Um das Mikro auszumachen Oder wie auch immer Oh Mann Oh Mann Oh Ach jetzt kommt schon Ja, eher noch daran. Das gibt es nicht, ne? Das ist echt unglaublich. So, dahin. Danke. Nein. Oh. Jetzt kann ich eigentlich schon mal hier im Semmer umbringen, im Suizid. Ich lasse mich doch wenigstens einmal hier hoch, ja? Dass ich wenigstens weiß, wie das hier andersweise funktioniert. Aber nein. Aber nein. Wie soll man das denn, wenn es so wenig Bomben da hochschaffen? Ganz ehrlich. Und das wird jetzt sowieso nichts, weil die schon wieder so früh explodieren hier. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Okay, oh. Puh. Geht doch. Geht doch. Ja, das war jetzt natürlich sehr schlafen. Ja, das war jetzt schon. So, ich habe keine Ahnung. Ja, das war jetzt schon. Erstmal holen wir uns unseren kleinen Freund hier, den ich gerade entdeckt habe, dann... So, langsam, langsam. Ja, so machen wir das. Und dann haben wir das auch geschafft. Nee, so ging das. Oh Gott, was passiert hier? Oh nein, nein, nein. Oh Gott! Was ist hier los? Ey, jetzt geht's wieder zurück? Ah, ah, okay. Okay, ich hab's geschafft. Ich dachte schon eben so, hä? Geht's wieder zurück? Oh, ich glaub wir sollten uns da hinschießen und nicht die Kuh. Oder einfach alles. Achso, dann können wir hier durch. Ja. Ja. So nimmt man einfach mal alle Flugzeuge mit, die man so sieht. Und wir haben das Level geschafft. Mensch, sind wir gut heute. Oh, Nachrichten. Wubbel, wubbel, wubb. Wubbel, wubb. Wubbel, wubb. Und ja. Und ja. Ist schon ganz lustig. Also, wir sind jetzt in der Militärbasis. Aber was dort passiert, werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.